Hi, ich bin Johannes von NewGadgets.de und hier auf der Windows 7 Launch Party in Hamburg und vor mir der Evoluz One, ein 47 Zoll Full HD Multi-Touch Komplettsystem, wie ihr hier sehen könnt. Und dabei ist es nicht zu verwechseln mit dem Microsoft Surface, denn das Evoluz One ist ein eigenständiges Gerät, das auch eigenständig entwickelt und produziert wird. Ihr seht, können wir hier schön mittels Multi-Touch die Bilder herumschieben und auch vergrößern und verkleinern. Das ist ja dank Windows 7 jetzt problemlos möglich. Super flüssig, wie ihr sehen könnt. Und damit man auch was schreiben kann, natürlich die Tastatur. Schreiben wir mal schnell was auf, hier zum Beispiel Evoluz. Und bei Windows 7 haben wir natürlich die schöne Handschrifterkennung, die auf einem 47 Zoll natürlich gleich doppelt so viel Spaß macht. Hier haben wir mal schnell Evoluz geschrieben, es wurde erkannt und wir können es hier einfügen. Das Ganze ist natürlich dann auch noch mit einem Stift bedienbar. Zum Schreiben einfach viel praktischer. Schreiben wir mal Evoluz Rocks. Wird sofort erkannt. Fügen wir hier in den Editor ein. Selbstverständlich machen grafische Anwendungen auf einem Multi-Touch Display gleich doppelt so viel Spaß. Und hier haben wir cooliris, ein Plugin für den Browser und damit surfen wir gerade durch Flickr. Und jetzt surfen wir mal ein bisschen. Hier www.was könnte es sein? Natürlich newgadgets.de Hier auf der großen Tastatur. Und dann mittels Multi-Touch vergrößert. Und auf einem 47 Zoll macht das Ganze dann doppelt so viel Spaß, oder? Ja. Und dann mittels Multi-Touch vergrößert. Wenn wir hier die ganze Zeit genau machen, ist nochmal ein bisschen dabei. Und dann mittels Fiets fürsreme. Dann mittels Planющiges. Und dann mittels Mal� eso mit superwaszu. Vielen Dank.